Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir wollen zu dritt entkommen und ich spiele Lori mit Entscheidungsschlag, äh nein ich rede, doch Entscheidungsschlag habe ich auch. Mit Entscheidungsschlag, wir schaffen das geliehene Zeit und flink. Irgendwer bin für der Ehrergang mit den Maps, ne? Mhm. Ich wusste, als ich die jetzt für den Map betreten habe. Wusste ich ganz genau, wie sehr es dir missfällt. Ich weiß, ich wusste, dass du es wusstest. Das Team ist auch wusstest. Jetzt habe ich vergessen, was meine Archivaufgabe ist. Ich glaube, es ist Nemesis. Was ist denn jetzt meine Archivaufgabe? Wollt ihr nicht? Ich habe versucht, noch einen Haken sabotieren. Das habe ich gemacht, das war aber für meine Daily. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist Nemesis. Oder? No. Es ist vielleicht irgendwelche Blüten oder 50.000 Blutpunkte verdient werden. Ah, 50.000 Blutpunkte. Ja, stimmt. Ja, gut. Ne, es ist, es ist glaube ich die Omi. Mhm. Die hat dich doch geschlagen, wieso weißt du das nicht? Ja, es ist die Omi. Wir haben gepunkt, oder? So, der erste Jan ist gleich fertig. Sehr schön. Der Rando und ich sind ja durch. Ach, fahren wir da, ist einfach nicht hergegangen. Wir sind da oben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Map so gut ist wie die Omi. Ich weiß gar nicht so. Finden wir es raus. Für Sarah hat es ja schon mal gereicht. Oh, haha. Auf dem Weg zu einer, äh, von den Personen, die im Jams sind. Ja, das bin ich. Haha, Karma, okay. Oh, da ist er ja. Okay. Äh, kommt der Rando zufällig in deine Richtung, Sarah? Ähm, die Antwort ist nach. Okay, vielleicht bei dir. Einer ist irgendwo unten, äh, zwei Laufen hier oben. Achtung. Ich glaube, der jagt dich. Sorge an. Oh, fuck it. Sofie Sarah, aber mit einem Worn, wie kippt das mir ehrlich so gut. Ich geh mal zu Sarah. Ja. Äh, ich geh doch nicht zu Sarah. Oh, fuck. Wer ist noch nie bei mir? Ja, und ich wusste nicht, dass du bei Sarah bist. Das ist mein Problem gerade. Naja, das ist auch mein Problem. Kannst du mal Bescheid sagen, wenn du da weg bist? Äh, ja, stimmt. Ach, nee. Ich geh runter. Ich geh gleich Töre holen. Okay, geh Sarah holen. Willkommen an die Töre. Ich bin so leid. Ich bin so leid. Ich bin so leid. Und es ist ein Gem erst. Der nach der Vorfahrt, der kommt an. Ach, aber du bist auch verlaut, oder? Ich wollte gerade sagen, du rennst jetzt schon wieder weg, ohne mich zu heilen. Was? Wieder, Alter? Das ist fred, junger Mann. Mhm. Ich hab echt ein paar Juppen gesagt, ne? Ja, das andere wäre ja auch gelogen. Komm, gleich zu. Oh, ähm. Da ist er. Ja. Da ist er mit jetzt Blutkugeln. Ach, ich bin gleich schon wieder tot. Na, dann geh mal vor. Nein, alles gut. Ich glaube, wir sind auch für dich. Ja, C, dieser. Er jagt mich. Das wird der mich wohl nicht fallen. Das war unklug. Wieso mache ich in letzter Zeit immer so dumme Dinge? Hm. Du kannst ja mal jetzt viele Theorien aufstellen. Ich würde gerne da. Ja. Na dann, ich bin unten in dein Schulzimmer. Wenn du dich heilen möchtest und du mit mir in ein Gem kommen möchtest. Ich gucke, ob ich dich zu gut finde. Ich bin auch geäußert. Ich bin nur in einem Gem. Oh, mein Geil. Dann solltest du die machen. Oh mein Gott. Jetzt ist mir die erste Runde völlig egal. Ich bin nur, ich vielleicht noch heim und Quantis gleich. Was ist denn jetzt an Jen? Der Killer kommt jetzt zu mir. Nein, der hängt mich auf, Sarah. Was redest du denn da schon wieder? Ich hör den... Weil dann bin ich aber in der ganzen kleinen Ecke unten, glaube ich. Ja, bist du auch. So, Sarah, jetzt kommt er in deine Richtung, weil da der Haken ist. Ja, ich bin schon da. Ja, ich weiß. Und du läufst genau in ihn rein. Ja, ich bin hinter ihm halt gelaufen. Ich kann nicht anders laufen. Du bist genau in ihn reingelaufen. Er ist ja halt in mein Zimmer gekommen. Nein, das war nett. Der ist hier den Flur lang gelaufen. Nein, er ist von hier reingekommen. Und du bist... Nein, der ist... Was redest du denn? Er ist im Zimmer reingekommen. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Guck, wo ich häng. Ich hänge an diesem Flur. Ich hänge auf diesem Flur und er ist in den Flur lang gegangen. Und ich konnte abspringen. Genau. Perfekt. Dann kommt der Reingekommen. Ich hab zwei Flur oder so keine andere Wahl gehabt, weil ich halt einfach nicht geheilt wurde. Boah, jetzt zermatscht er uns alle. Ja. 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 Okay, so warte durch. Nein. Alles Gute immer zuerst, Tim. Tim ist wichtiger. Warum? Quatsch. Du kannst viel mehr erreichen als ich. Ich häng schon zweimal, was ich machen. Ja und ich häng jetzt auch das zweite Mal. Lass mich lassen. Ah, ich hab mich fast freiwillig gefahren. Der kommt in eure Richtung. Für mich bin brav. Dein Mann, nein. Du bist bei Rando. Du stoppte einfach mal halt, ne? Ja, du hast gut. Du bist aufgestanden. Ja, du musst rufe halt. Ne. Ja, du musst rufe halt. Nein. Nein, du hast mich nur aufgestellt. Ach so, ja, das meine ich ja damit. Jetzt werden wir schon wieder hintereinander her. Komm her, ich hab mal verschaffen, was? Nö. Jetzt sind alle weg, aufgehauen. Ja, die andere wollte schon mal nicht. Ja, die wollte mich heute auch nicht heilen, also... Oh nein! Wie müsste er jetzt auf uns zukommen? Nein, er jagt mich. Hm. Aber er ist auf uns zukommen. Hm. Seh dich doch da. Ach. So, Tanja, nur von dem her schlafen wir. Guck mal, ob ich schnell irgendwo ein Gen-Walker rücken kann. Ach. Jetzt wirst du da heilt werden. Also jetzt heilt sie sich nicht. Hm. Oh, der nächste Gen ist gleich fertig. Das ist doch einer. Na, der hat sich gerade für mich geopfert. Guck mal, ob ich sie auch einfallen kann. Boah, er ist wirklich wütend. Ich hab hier oben Gen angefangen. Hm. Hm. Naja, der wäre echt noch ein bisschen zu dir. Bevor ich die Kinder... Oh! Ja, das bin ich. Cool. Oh, du bist verletzt, oder? Ich bin verletzt. Ach, die Punkte kommen ja gar was nach oben. So! Hä? Die sind hier mich auch gerade. Ah, da ist er dir. Hallo! Hm. Nee. Ich kann dir holen gehen. Er kommt. Oh. Eine... Oh, ist das eine unangenehme Situation? Hör mich doch. Hör mich doch. Hör mich doch auch. Nee, natürlich nicht. Oder? Hör mich doch nicht. 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 that. Ach, ich darf nicht. Ach, ich darf auch mal... Ich bin gerade gerade mal hinter dir. Das können wir schulen. Ich kann auch holen. Es ist zu meiner Rechten entfleucht. Ich bin da. Mhm. Ich heil dich im Beschaffennis. Ich wusste, dass wir schaffen, dass ich so was gut hinbekomme. Wo kommt die da? Vielleicht kriege ich den letzten Junk gleich fertig. Hab Adrenalin oder sowas? Nee, brauchen wir doch was. Ich hab Alkab dabei. Okay, ist wieder weg. Ich brauch mich nicht so entdecken. Ja, geil. Warte, er ist nur noch hier oben. Vielleicht. Also jetzt schnell weg. Könnt ihr an den Ausgang gehen? Ja, aber... Ich bin noch oben und der Killer ist hier noch von mir. Jetzt hab ich da, glaub ich, runter. Ich bin jetzt noch an. Irgendwie hab ich genau das befürchtet. Mein Ausgang ist gleich zur Hälfte. Soll ich einfach ganz aufmachen? Ja, kannst du machen. Ich bin hier, ich kann die mit geliehener Zeit holen. Wenn die dann Schlag blockt, können wir alle raus. Mein Ausgang ist hier fast auf. Oh, ist bei mir, ist bei mir. Ja, ja, dann geh raus, wenn du musst. Ausgang ist auf. Okay. Ich bin dabei. Blocken, Schlag. Blocken, Schlag. Hier, hier rum? Genau. Okay. Jetzt kann keiner mehr schlagen. Oh, Sarah. Es tut mir so leid. Da wurd's in den Boden gestampft. Er hat mich dann endlich wieder gemetzelt. Mhm. Ich hab eigentlich gedacht, wir gehen zum anderen Ausgang. Ach so. Weil da hätte Yui einen Schlag tanken können. Aber die ist dann in die andere Richtung zu, äh, Sarahs Ausgang gegangen. Lässt du dich raus? Lässt du dich raus? Ne, doch nicht. Nein, warum? Weil ich auch nicht frei bin. Ach so, ja doch. Hä? Ich hab gedacht, der wär draußen im Hof gewesen. Ich war eben mega verwirrt. Hä? Also, ja. Also, ich war ne... Ich hab nie unten immer gedacht, ich hätte die Runde so ausgewiesen. Ich auch. Ich auch nicht. Äh, ich war... Natürlich hab ich das gedacht, ja. Also, das war eine sehr verwirrende Runde, muss ich gestehen. So ein bisschen. Oh, der hat die... Der hat die krassen Addons gehabt. Ja. Okay, ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Wenn ihr da zeigt, dann mit dem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Dann schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir versuchen zu dritt zu entkommen. Und ich spiele Mech mit geliehener Zeit, Adrenalin, flink und schnell und leise. So, gucken wir mal, was wir draus machen können. Ich kann direkt meinen Totem zerstören. Hallöchen überhaupt? Hallöchen? Ja, hallo. Oh, ich verbinde diese Map wirklich jedes Mal mit... Mit Ghostface. ...einander mit Ghostface oder mit Michael. Mit dem Mischer! Mit dem Mischer, oh. Aber stimmt, ich irgendwie auch. Jo, was geht. Sind wir schon zu dritt, halt? Ah ne, ich war zu zweit. Oh mein, die Ghost ansteigt, ne? Mhm. Ich finde, das ist irgendwie die Autohaven-Map, wo bei uns am seltensten dran kann es sein. Ja, die ist auf jeden Fall nicht mehr ganz beteiligt. Ja, es ist ein Geist. Oh, ok. Oh, ok. Ich kann doch nicht auf jeden Fall sein. Egal. Ist sogar die Map vom Geist, ne? Ja. Wo ist er bei euch? Wird dir jemand gejagt? Ja, ich. Ok. Alles klar. Ah, du bist auch hier in der Gasanstalt? Ja. Wie alle hier, ich bin auch gerade hier. In der Gasanstalt. Sarah. Was ist denn eine Gasanstalt? Geht so. Geht so. Gehen wir mal in die Gasanstalt. Unser Auto tanken. Hallo. Ich hab den Killer gefunden. Auf zur Gasanstalt. Ja, guck mal, das sind die perfekten Folgen getrieben. Ja, ich glaub. Da hast du. Könntest du recht haben. Oh. Ach, wir werden dich so klasse, wenn ich das Leben hatte. Oh, danke. Ja, du Gasanstalt. Kennst du nicht? Danke. Ich bin jetzt noch frei. Wie heißt die denn eigentlich? Unizug... 91? Genau. Hm, ja. Okay. Ähm. Ich bin da, wo der Generator in Slash angeht. Aber du bist nicht bei dem, äh, in dem Gemäuer, oder? Nein. Ich geh mal zu, äh, Melanie. Warum sagst du eigentlich immer Melanie? Weil ich das finde, dass das eine sehr lustige Abwandlung deines Namens ist. Okay. Ich finde Melonia. Melonia? Früher hab ich mal Melonia gesagt. Äh, der Killer kommt. Er jagt dich. Warum bist du eigentlich immer weggetunnelt? Also es hat jemand mal interessiert, dass ich da bin. Es geht immer nur gegen dich. Ja, ich weiß auch nicht. Die heißen mich einfach alle. Irgendwas musst du angestellt haben. Ich glaub, weil ich immer es bezahle und die Corona Gegner bin. Das kann sein. Ja, das glaub ich auch. Hi Tim. Hallo Sarah. Ja, ha. So, lass uns das Kind mal hier schnell schaukeln. Ja, schaukel mal das Kind. In den Schlaf. Dann müsst ihr alle vor mir entkommen, bitte, danke. Nur einer. Ja. Ja, meint den einer. Gerne auch alle anderen. Ich möchte die jetzt nun leider auch dann kommen. Ey, die Runde davor. Nein, du kriegst die Runde für die Herausforderung. Da hast du absolut recht. Ja. Ich hab's leider auch nicht dabei gehabt. So, ich bin jetzt am vorletzten... Ja, ich geh an den anderen. Da können wir uns zwei gleichzeitig arbeiten. Mhm. Hier, das ist ein normales Totterm. Ich mach das mal. Hat überhaupt jemand ein Tottermer gemacht? Ich hab eins gemacht. Ja, hab ich noch eins. Ich muss eigentlich noch zehn Totterms bis jetzt machen. Aber du kannst es nicht machen. Der große... Oh, bei irgendjemand ist vom echter Geist, ne? Ja, ja, ich hab die ganze Zeit gefüllt. Machst du die ganze Zeit? Ah, okay. Du machst das sehr gut. Ja, ich hab das vielleicht gefunden. Vielleicht hab ich auf die Hand wieder Paletten gewastet. Ja, dann hast du Adrenalin dabei? Nein. Ach, du bist jetzt. Hast du die Palette in die Killerhütte geworfen, Jana? Ja. Ich freue mich. Nö, musst du ja auch nicht. Nein, danke für das. Das ist jetzt mein Todesauffall. Das ist nur zur Info. Du solltest tot sein. Nein. Du solltest tot sein. Du solltest tot sein. Du solltest tot sein. Ja, ich würde dir ja gerne helfen, aber es ist gut. Ach du. Der kommt rechts rum. So schön. Ich spring dazwischen. Ich spring... Ja, äh... Ja, äh... Du solltest es nicht schaffen, denn. Oh. 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 Aha. So nämlich. Danke schön. Er kommt schon zurück. Boah, das ist ein Wildloch, dass ich alle sinken. Paletten, sag Bescheid, wenn ich den aufstellen soll. So. Hallo. Hallo, da ist Janis. Verletzte Janis, dein Pferd. Tim, wo war dein Jan? Ich hab keine Ahnung. Okay. Wir haben auch einen Sechstwitz. Wir springen weiter hier. Ich bin verletzt. Ich heil mich schnell, dann komm ich wieder. Wo bist du denn? Ich kann nicht decken. Geh zum gemachten Jan. Ach, hier. Ich bin hier. Warte, warte, komm her. Oh, oh, er ist hier. Wart leiser hier. Der verholt ja auch Melanie. Kann ich dazwischen? Komm nicht dazwischen. Warte, ich mach mich auf den Weg. Nein, Sarah, du ist nicht. Bitte bitte nicht. Hä? Er merkt das gar nicht. Ach so. Nein, du ist nicht Sarah, das bringt doch nichts. Das trifft niemanden von uns. Doch, doch, doch. Das macht alles überhaupt keinen Sinn hier gerade. Warte, dass du dich vielleicht heilen kannst. Nein! Was zur Hölle? Also klar, ja, ich bin nicht froh. Sooo, komm mal mit. Hä, ich mach dich gleich nicht ab. Hä? Recover, recover, recover! Ich geh in Zeit. Ich komm da, ich steh gleich auf. Oh Gott, ich war nicht kaputt, ich hab nicht kaputt hier. Ich verpiss mich jetzt. Renn weiter, renn weiter, renn weiter. Sarah kann noch mal hängen. Komm, komm hier in die Tankstelle rein, da heiltest ich. Genau. Danke euch, meine Fresse. Ich hab ein bisschen geärgert. Er wird mich so hassen, er wird mich so hassen. Ja. Jetzt haltest du mich. Ja. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Ja, ganz entspannt. Sarah, guck mal, wer dort einen Generator macht. Die hat mich gerade geholt, Claudia. Aber das ist keine so gute Idee. Oh, ich hab BT. Erfolg mir jetzt. Ich versuche dazwischen zu kommen. Nein, nein. Nein, du nicht, das mach ich. Aber Sarah ist noch aufgeführt. Ja. Er folgt mir nicht mehr, ich bin entkommen. Nein, der ist unsichtbar und ist immer noch hinter dir her. Warum denkt ihr immer das? Warum? Jetzt verfolgt er Melanie. Nein, ehrlich? Ja. Oh mein. Egal, ist egal, Sarah oder ich. Ich steh ihm im Weg. Ich geh dazwischen. Nein. Hab ich schon gemacht. Ich bin dazwischen gegangen. Das ist doch alles schon wieder so falsch, was hier passiert. Das ist doch alles schon wieder so falsch, was hier passiert. Das ist auch mal die Wicke. Als wir in den Tag, dass keine Paletten mehr sind. Fuck. Alles gut. Er lässt mich liegen. Ja. Oh mein Gott. Das ist doch alles gut. Ja. Ich mach nen Generator. Oder kannst du dich aufheben? Ja, glaub ich schon. Ich bin bei der Gasanstalt jetzt. Ja, ich bin... Ich bin zu dreiviertel recovered. Sitzt Lodette da vorne am Generator? Ich seh's nicht. Ich bin erblindert. Ah, okay. Ich glaub, er ist geholfen. Sogar das ist nicht mehr. Ne. Gott. Voll gut. Unser Plan ist aufgegangen. Ja. Warte mal. Lass mich mal heilen. Nein, schau mal Adrenalin. Lass uns nicht Jen durchführen. Oh. Oh, geil. Und jetzt kommt gleich die Nötzschelle. Ah! Sag ich doch. So Tim, du haust gleich einmal vor mir ab. Mach einfach die Ausländer auf und verschwindet zur Schlange. Ach, du bist ja tot. Stimmt ja. Wir sind ganz, ja. Wir sind ganz, ja. Wir sind ganz klein von der Welt. Ja, wir sind, wir sind alle hier. Dann kommen wir raus. Mach mal schneller. Das Tor auf. Ja. Ah, du bist auch raus. Oh, ey. Diese Runde. Ja. Tim, du bist raus, ne? Mhm. Aber ich glaube, Claudia, die will... Ich weiß ja nicht, was die Clodias Mission ist. Ja, keine Ahnung. Boah, 43.000 Punkte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Sag mir jetzt, denn du kommst nicht raus. Nein! Warum?! Warum?! Ich wollte rausgehen. Nein! Warum stehst du denn noch eine halbe Stunde da rum? Ich weiß nicht. Nein! Nein! Schau mal bitte einen sinnvollen Grund. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte schwören können, dass es... Ich weiß es auch nicht. Das Tor war offen und ich war draußen. Es gab keinen Grund für dich, doch da drin zu bleiben. Egal. Hat es wenigstens gezählt? Ja, ja. Hat gezählt. Das ist ihm nicht egal. Ich hätte sogar einen Pippe bekommen. Es ist unglaublich. Warum?! Ja, ich bin zu feines Wissen. Wir spielen mit Wahnsinnigen zusammen. Ja, ich glaube, das merken die alle schon von alleine. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin aus der Gasanstalt ausgebrochen. Ja, du bist nicht aus der Gasanstalt ausgebrochen. Du bist geopfert worden. Ja. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr jetzt aktioniert, nehmt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mir von Depp an Dale erzählen wollt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ja! Ja!